Ein Bäumchen hat nur ein Ziel, es hoch zum Himmel will. Größe ist das höchste Gut, doch nicht allein Wachstumswut bringt es empor. Der Wald ist nie allein, will stets umgeben sein, von anderen, die ihn nutzen, ihn manchmal auch stutzen. Doch gibt er ihnen auch, füllt des Gärtners Bauch mit kostbarster Frucht. Von ihm spricht niemals Gift, es ihm sonst genauso trifft. Geht der Gärtner, geht auch er und muss er dann zornesschwer in sich selbst zugrunde gehen.